Herzlich Willkommen im OSPA Sport Club. Wir haben besondere Zeiten und wahrscheinlich auch ganz wenig Bewegung. Dem wollen wir heute Abhilfe tun und deswegen möchte ich Ihnen die nächsten Tage die ein oder andere Übung zeigen, die Sie zu Hause ganz einfach nachmachen können, um einfach etwas gegen Verspannungen, Beweglichkeitseinschränkungen etc. zu tun. Und da fangen wir heute gleich mal an. Legen Sie sich mal auf den Boden dafür. Die Füße stellen Sie am besten auf und dann sind Sie der Fallschirmspringer. Arme an die Seite und Sie bewegen Ihren Oberkörper mal zur linken Seite und dann strecken Sie Ihren rechten Arm nach vorne. Das Ganze machen Sie auch nochmal zur anderen Seite. Bei dem einen oder anderen mag das vielleicht ein bisschen knacken, ist gar kein Problem. Ich empfehle Ihnen das Ganze fünfmal pro Seite zu tun und dann sollten Sie eine gute Beweglichkeit hier oben in Ihrer Brustwirbelsäule haben. Da wünsche ich Ihnen viel Spaß dabei. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne unter info.tvrostock.de Da wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, Ihre Anita. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020